So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich nimm einen Auftrag bei einem Münztelefon ein. Ich habe gerade extra hier den Ort markiert, weil wenn ihr einfach mal so rumscrollt, seht ihr überall, wo die Münztelefone sind. Die sind quasi in so einem großen Radius verteilt, aber ich nehme gerade extra den, damit ich den Ort erkundet habe. Und ihr müsst eigentlich nicht viel machen, ihr müsst einfach nur zu dem Münztelefon hin. Warte mal, jetzt hoffe ich, dass es auch hier ist. Hier ist das Münztelefon, Achtung, hört, es klingelt sogar. So, dann geht ihr hin, Münztelefon, und dann können wir uns aussuchen. Bau Bau Materialien ab, verhöre Gegner, rüste eine Waffe auf oder Eliminierung mit Scharfschützengewehren. Und dann wieder Scharfschützengewehre. Ich nehme aber jetzt einfach mal Bau Materialien ab, zack, einfach annehmen, zack. Und schon ist die Aufgabe abgeschlossen. Also ihr müsst da wirklich nicht viel machen. Geht einfach zu dem Telefon hin, das ist halt genauso wie damals bei den MPCs. Scheinbar haben die jetzt keine Aufgaben mehr, sondern nur noch diese Telefone, Münztelefone. Und so können wir jetzt unsere... Klingelt das nochmal? Achso, ich muss erst... Ich muss anscheinend erst den Auftrag erledigen, damit ich die Aufgabe quasi neu machen kann. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, weil so schnell kann man sich halt Gold verdienen. Wir können das eigentlich mal gerade ganz schnell ausprobieren. Warte mal. Zack. Ich muss ja nur 250 Baumaterialien einsammeln. Wir sind ja in Gruppenkeile, weil da geht das Ganze natürlich deutlich schneller. Ja, es klingelt schon wieder. Ich will nämlich jetzt selber wissen, ob man das Telefon nochmal benutzen kann oder nicht. Wartet. So, haben wir die Aufgabe gemacht. 80 Bahnen dazu. Ja, einmal benutzt, dann ist es wohl vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man zum zweiten Telefon geht, ob es dann wieder funktioniert. Das müsste man einfach mal ausprobieren. Aber so habt ihr auf jeden Fall die Aufgabe gelöst. Nämlich, nicht baue Materialien ab. Da, nimm einen Auftrag bei einem Münztelefon an. Also so simpel funktioniert das. Hier sind nochmal alle Telefone markiert. Und in dem Sinne würde ich sagen, schafft ihr das Ganze auch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.